Die DHV-News vom 8. Oktober 2021. Daniela Ludwig veröffentlicht Drogen- und Suchtbericht 2021. Ampelstart. Herzlich willkommen bei den DHV-News. Wie ihr gerade gesehen habt, haben wir einen neuen Diamant-Sponsor bei Hai. Es hat eine Weile gedauert, bis da der Platz vorne in den News wieder besetzt war. Das machen nicht viele Firmen, denn es geht um eine Menge Geld. Das fassen nicht alle an. Das ist eine Riesenunterstützung für den Deutschen Handverband. 15.000 Euro im Jahr kostet das Diamant-Sponsoring beim Handverband mit der Präsentation des Logos hier in den News, in allen News. Und das machen wirklich halt nur Unternehmen, die wirklich unsere Arbeit für die Legalisierung unterstützen wollen. Unsere Arbeit für die Rechte der Konsumenten, unsere Arbeit als Bürgerrechtsbewegung. Und die natürlich auch verstanden haben, dass das jede Menge gute Karma-Punkte gibt, uns zu unterstützen. Und hier im Umfeld der DHV-News eben auch zu werben. Und ja, zehntausende dankbare DHV-Zuschauer und Fans werden jetzt sagen, oh, bei Hai kannten wir vorher gar nicht, aber haben wir jetzt sofort total lieb. Von daher, gutes Karma für bei Hai. Und wenn ihr mal irgendwie wieder was braucht, schaut mal da vorbei. Es ist im Grunde ein klassischer Headshop, Online-Headshop. Ihr könnt also da halt online bestellen, logischerweise. Und das übliche Sortiment von Pfeifen, Bongs, Rauchzubehör, Papers, was man so braucht, ja. Ich glaube, die haben sogar diese Blechtablettchen, die wasserdicht sind, wisst ihr ja, die wir auch haben, ne. Die gibt es auch da, habe ich, glaube ich, gesehen. Halt alles Grinder und so, ja. Schaut mal da vorbei, wenn ihr was braucht. Bei Hai ist zurzeit unser größter Sponsor, aber wir haben natürlich noch mehr. Ja, es gilt natürlich auch für die anderen, ja, kauft nicht einfach bei irgendwelchen Läden, die vielleicht uns gar nicht unterstützen. Ja, ihr findet auf der DHV-Seite auch die Liste aller DHV-Sponsoren, muss ich natürlich auch nochmal sagen. Es gibt mehrere, nicht nur einen, aber bei Hai begrüßen wir sehr gerne als neuen größten Sponsor Diamanti beim Deutschen Handverband. Und das Logo werdet ihr jetzt noch öfter zu sehen bekommen. Denkt immer schön dran, wenn ihr mal wieder Papers braucht oder so. Daniela Ludwig. Hat gestern ihren Drogen- und Suchtbericht 2021 veröffentlicht. Und alle so, hä, wie? Daniela Ludwig, ist die noch da? Was ist jetzt los? Ich dachte, jetzt kommt die Ampel, wird jetzt Cannabis legalisiert. Wieso kommt die da jetzt noch mit einem Bericht um die Ecke? Wieso alter CSU-Käse jetzt offiziell noch, nachdem eben über die Legalisierung überall geredet wird. Nach dieser Wahl, wo die abgewatscht worden sind, ohne Ende, die Union. Ja, aber doch, kann sie machen. Ja, also bis da eine neue Bundesregierung installiert wird, ist die Alte eben noch im Amt. Merkel ist ja auch noch unterwegs. Und die Drogenbeauftragte ist halt immer noch die Drogenbeauftragte. Und es gibt eben ein paar Leute in der Union, die den Schuss nicht gehört haben. Ja, ist eben so. Beispiel Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer. Die hat ja noch jetzt, auch nach der Wahl, eine Konferenz einberufen zur Aufarbeitung des Afghanistan-Desasters. Und die ganzen anderen Minister, die was mit zu tun haben, mit Afghanistan auch alle so. Hä, wie? Was will denn jetzt die Karrenbauer da noch, die Abgewählte? Die sind da alle nicht da hingegangen. Und ja, aber trotzdem durchgezogen, die Konferenz. Oder dieser Kanzlerkandidat da, Armin Laschet. Der tut auch so, als wäre alles schick. Und als wäre er demnächst dann doch vielleicht noch Kanzler und so. Und alle anderen da auch in der Union. Ja, oh Gott, wie übel. Wer sagt ihm das jetzt, wenn das vorbei ist? Spiel das aus. Und ja, eben die abgewählte Drogenbeauftragte, genau so, die macht den Laschet. Ja, und zeigt fröhlich ihren Bericht da, obwohl sie eigentlich auch ja vorbei ist. Ja, ich sage ihr das jetzt mal. Also Frau Ludwig, das Spiel ist aus. Egal, was jetzt passiert, was jetzt verhandelt wird, welche Regierung kommt. Sie werden nicht mehr Drogenbeauftragte sein. Von daher könnt ihr auch den Bericht behalten. Ja, der ist quasi jetzt schon am Tag der Veröffentlichung veraltet, weil die ganze Drogenpolitik der Bundesregierung veraltet ist, die sie da repräsentieren. Und abgesehen davon, ja, wieder zurück zu euch. Der Bericht ist sowieso Blödsinn. Ja, wenn man da mal reinguckt. Ich zitiere mal aus Ludwigs Pressemitteilung dazu. Der heute erschienene Jahresbericht enthält aktuelle Zahlen zum Drogenkonsum. Blablabla, Pause. Der neue Drogenbericht beinhaltet auch eine Übersicht über aktuelle Konsumzahlen illegaler und legaler Drogen. Während der Konsum von Alkohol und Tabak insgesamt leicht rückläufig ist, stieg. Wie in den Jahren zuvor, der Cannabiskonsum, gerade bei jungen Erwachsenen. Große Gefahr, übliche Drama. Allerdings sind die mehrfach betont aktuellen Zahlen von 2018. Das ist drei Jahre her, bald vier Jahre her. Frau Ludwig, das ist nicht aktuell. Die kann sich ja mal digitalisieren jetzt demnächst. Da hat sie einen Haufen Zeit dazu. Und eben auch die ganze Behörde da und so. Wir haben ja letztens schon festgestellt, dass die Bundesregierung auch nicht weiß, wie viel Cannabis 2019 beschlagnahmt worden ist. Da ist der Brief mit den Zahlen noch unterwegs, mit der Schneckenpost vom BKA zum Ministerium. Und so ist das vielleicht auch mit den Konsumentenzahlen. 2018, mehrfach betont, aktuelle Konsumzahlen. Okay, naja. Würdiger Abgang sozusagen, passend zur restlichen Drogenpolitik dieser Regierung. Aber jetzt ist es soweit. Die Ampel sondiert jetzt alleine weiter. Die haben jetzt alle pflichtgemäß mit der CDU mal geredet. Ja, wie man das so macht. Jeder redet mit jedem unter Demokraten. Und die ganzen verschiedenen Optionen, die es so gibt, liegen halt auf dem Tisch. Aber jetzt haben sie sich entschieden, okay, wir ampeln jetzt mal noch ein bisschen weiter, ohne die anderen Flaggengeschichten. SPD, Grüne, FDP, das ist die Koalition, auf die sich erstmal jetzt alles zubewegt. Und wieder sind die Medien voll davon, dass eben diese Koalition eine Reform der Cannabispolitik sehr wahrscheinlich macht. Und Grüne und FDP, die befeuern das selbst auch. Ja, während der Verhandlungen jetzt immer mal wieder wird das Thema gebracht. Schönes Beispiel hier mal aus einer Runde bei Maischberger. Den Mindestlohn anheben auf 12 Euro? Ja. Ich finde, Sie sollten auch mal Fragen stellen, Cannabis freigeben. Ja. Okay, dann Cannabis freigeben. Der geht auf Sie. Ja, dass Sie sowas machen, dass Sie solche Ausführungen und Späßchen bringen, da sozusagen Cannabis immer mal wieder ins Spiel bringen, habt ihr auch gefördert und befeuert sozusagen, weil ihr ja im Wahlkampf alle eure Direktkandidaten im Wahlkreis angeschrieben habt. Da habe ich auch mal ein paar Zahlen jetzt zu reinbekommen. Das Tool auf der DHV-Seite wurde 25.000 Mal benutzt, um mit einer Postleitzahl die Wahlkreise abzufragen und die Wahlkreiskandidaten und deren E-Mail-Adressen. Und es ist kein einziger Wahlkreis dabei gewesen, der unter 20 Aufrufe hatte. Und ein Wahlkreis in München hatte 150 Aufrufe. Wo allein über unsere Seite im Prinzip die Leute sich dadurch die Daten besorgt haben, um den Leuten E-Mails zu schreiben. Und das ist angekommen, habe ich ja hier schon mehrfach berichtet. Wahrscheinlich gibt es keinen einzigen Kandidaten in Deutschland, der nicht wegen Cannabis-Legalisierung angeschrieben worden ist. Und viele eben oft. Ja, und dafür gibt es jetzt auch neue Beispiele schon wieder. Da zitiere ich mal Ricarda Lang von den Grünen, stellvertretende Bundesvorsitzende der Grünen von Twitter. Um die tausenden Mails in meinem Postfach zu befriedigen. Ich denke ganz fest an die Legalisierung von Cannabis. Versprochen. Und eine Antwort kam von Andreas Audretsch, frischer grüner Bundestagsabgeordneter aus Berlin-Neukölln. Antwortet, haha, die tausend Mails kann ich bestätigen. Auch bei mir. Ich nutze deinen Aufschlag und bestätige, ich denke ganz fest gemeinsam mit dir, Ricarda Lang. Also, ihr seht, sie nehmen das wahr. Sie können es natürlich jetzt nicht versprechen. Viele sagen dann gleich, dran denken ist mir zu wenig. Ich will, dass ihr Land macht. Aber die sind jetzt alle gerade schwer dabei, sich zurückzuhalten mit ultimativen Forderungen, mit roten Linien für die Verhandlungen. Die haben offensichtlich vorher verabredet. Jetzt soll nicht jeder vorher schon in der Öffentlichkeit irgendwelche Todeszonen da definieren, wo alle Verhandlungen daran scheitern werden. Sondern die gehen alle offen da rein und werden jetzt ganz in Ruhe. Und vertraulich im Hinterzimmer vorerst. Bis jetzt hat es ja einigermaßen geklappt. Da eben verhandeln. Und ich denke, das ist auch eine sinnvolle Linie. Insofern wäre es auch jetzt nicht sinnvoll, wenn die sagen, keine grüne Regierungsbeteiligung ohne Cannabis-Legalisierung. Das machen die bei anderen Themen gerade auch nicht. Aber sie haben halt gehört. Sie haben sich genötigt gesehen, dazu mal was zu sagen. Weil eben die ganzen E-Mails im Posteingang sind. Und das sorgt dafür, dass sie das Thema bei den Verhandlungen höher hängen werden. Also nochmal mein Appell. Wie letzte Woche. Ja, jetzt wird es spannend. Langsam mit der Verhandelei. Mailt jetzt an die Parteizentralen. Wahlkreiskandidaten war gestern. Ja, jetzt haben wir nach der Wahl. Jetzt schreibt er den Parteizentralen direkt. Die gerade noch analysieren auch, warum haben die Leute uns gewählt und so. Kurze Textvorschläge und die Adressen findet ihr unter unserer Wahlanalyse zur Bundestagswahl. Und den Link dazu in der Videobeschreibung. Und auch in den sozialen Medien ist das ganze Thema und rockt wie verrückt. Ein Beispiel von vielen ist Richter Müller, der jetzt auch wieder am Thema dran ist und auch schieben will bei den Koalitionsverhandlungen, dass auf jeden Fall jetzt was vorwärts geht und Legalisierung kommt. Und er will, dass ab Montag 16.20 Uhr alle wie die Irren twittern und jeden Tag Cannabis trenden lassen. Und Legalisierung, also schaut euch das mal an. Auch den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Richter Müller nach wie vor als reichweitenstarker Aktivist am Staat und treibt die Regierung weiter vor sich her. Ein bisschen Geduld werden wir noch brauchen, bis die Verhandlungen in Sachen Cannabis dann ernsthaft losgehen. Im Moment sind ja noch Sondierungen. Ja, jetzt wird die Ampel sondiert. Bisher waren Vorsondierungen, bis man sich soweit einsondiert hat, da hat man jetzt Ampel sondiert, ohne die anderen, ohne die Komiker von der Union. Und dann beginnen erst die richtigen Koalitionsverhandlungen. Das heißt, jetzt werden erstmal Regeln festgelegt, wie das Ganze vorwärts gehen soll, wann wer mit wem was bespricht, wie die Fachleute der Fraktionen mit eingebunden werden können, um im Prinzip die klaren Sachen im Prinzip sofort abzuräumen, die gar nicht erst quasi bei den Parteioberen dann da in die Verhandlungsrunden reinkommen. Also erst werden diese ganzen Rahmenbedingungen sondiert und vielleicht schon mal ein paar Themen auf den Tisch gelegt. Aber dann gehen erst die Koalitionsverhandlungen los und dann wird es richtig spannend. Dann wird auch irgendwann Cannabis auf den Tisch liegen und vielleicht einigen die sich in fünf Minuten und die SPD sagt, ja komm, dann machen wir das halt mit der Legalisierung. Aber das kann eben auch sein, dass die das nicht sagen. Und dann kommt es darauf an, wie motiviert die anderen da reingehen, also Mails abschicken. Die Mittelmeerinsel Malta ist in einem ähnlichen Stadium wie wir jetzt. Sieht gut aus, aber ist noch nicht ganz fertig. Da hat die Regierung dem Parlament einen Gesetzentwurf vorgelegt, das darüber jetzt noch abstimmen muss. Der soll Cannabiskonsumenten entkriminalisieren. Man soll als Erwachsener bis zu sieben Gramm unbehelligt rumtragen dürfen. Also wirklich legal, ohne irgendwelche Strafen. Und bis zu vier Pflanzen, die man zu Hause anbauen darf. Und vor allem, sie wollen, dass es Cannabis-Clubs gibt, die anbauen dürfen und ihre Mitglieder mit bis zu 50 Gramm Cannabis im Monat versorgen dürfen. Also tatsächlich schon so eine Art legaler Zugang. Keine Fachgeschäfte, ja, den letzten Schritt nicht gemacht sozusagen. Aber Anbau-Clubs, wo man einfach mitgeht wird und sich da Gras abholt. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Sache, die recht weitgehend ist. Von daher toi, 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 dass Malta das hinkriegt. Und mal sehen wir, wo wir dann stehen in ein paar Wochen. Ja, ob wir Malta dann wieder überholen und unsere Fachgeschäfte auf den Tisch legen. Oder am Ende vielleicht die Ampel doch noch scheitert und die GroKo doch noch weitermacht mit Ludwig. Ja, dann bleibt in Deutschland vielleicht alles, wie es ist. Nämlich so. In Nürnberg haben Polizei und Staatsanwaltschaft mal wieder versucht, einen CBD-Händler dran zu kriegen. Und in vielen Fällen ist die Rechtslage ja da wirklich schwierig. Besonders, wenn es jetzt um Pflanzenteile geht, Blüten geht, wo halt noch ein bisschen THC drin ist, wo irgendwie sich ein Gutachter findet, der sagt, ja, wenn man davon sich tonnenweise irgendwie in die Birne schraubt, dann kann man ein Räuschchen davon kriegen. Missbrauch zu Rauschzwecken ist nicht ausgeschlossen. Deswegen ist das illegal. Im vorliegenden Fall war es aber nicht so, dass die Produkte, wie sonst oft üblich, bis zu 0,2% THC enthalten haben, was Nutzern an sich umfällt ja darf. Die hatten gar kein THC drin, diese Produkte. Also null THC. Das hat das Labor an der Polizei gesagt, in der Staatsanwaltschaft. Und dann war eben klar, Anklage wegen Verstoß gegen BTMG ist unmöglich, weil eben Missbrauch zu Rauschzwecken unmöglich ist. Mit 0% THC geht da eben nichts. Aber es ging ja um CBD-Händler. Da konnten sie ja nicht einfach sagen, okay, lass mal den in Ruhe, sondern wollen ja unbedingt jetzt irgendwas machen. Ja, ist ja eine bayerische Behörde. Und dann haben sie ihn angeklagt, jetzt wegen Imitathandel. Ich zitiere mal nordbayern.de. Dass die Aufmachung, die Darbietung der Produkte eine Täuschung sei, zeige sich aus Sicht der Staatsanwaltschaft an diversen Merkmalen. Da sei der kiffende Affe auf der Ware oder die Bezeichnung der Produkte. Es sind Namen wie auch Sorten von Marihuana auf dem Schwarzmarkt genannt worden. Außerdem wurde auch bröckchenhaltiges Material angeboten, das von der Optik große Ähnlichkeiten mit Marihuana hat, berichtete ein Polizeisprecher, als die Produkte Anfang Februar sichergestellt wurden. Ja, mit den Bröckchen, ja, ist ja vermutlich eher Hasch, nicht Marihuana, aber das ist ja egal, um Sachverstand geht es ja hier nicht. Es geht darum, einen CBD-Händler, den man nicht wegen Verstoß gegen das BTMG anklagen kann, anklagt, weil er nicht gegen das BTMG verstoßen hat. Ja, wenn man so tut, als wäre ein kiffender Affe da auf Verpackung, ja, dann soll man gefährlichst auch gegen BTMG verstoßen, sonst kriegt man Ärger mit der Staatsanwaltschaft in Nürnberg. Noch so ein Beispiel, wie es in Deutschland bleiben könnte, wenn ihr jetzt nicht alle eure E-Mails an die Parteizentralen abschickt. An drei Schulen in Limbach-Oberfrohna in Sachsen gab es den Verdacht, dass es Schüler geben könnte, die etwas mit Marihuana zu tun haben. Was macht man da in Sachsen? Prävention. Man bittet die Polizei, irgendwas mit Prävention zu machen. Und die kommt dann und fehlt die drei Schulen komplett mit Drogenspürhund und 50 Beamten, die sie da reingeschickt haben. Gefunden haben sie bei der Aktion auf einer Toilette, einer Schule eine geringe Menge Marihuana und bei einzelnen Beschuldigten ebenfalls geringe Reste von Marihuana. Wahrscheinlich war das alles zusammen so wenig, dass sie kaum auf die Waage legen konnten und dir irgendwas angezeigt hat. Wahrscheinlich zumindest weniger als ein Gramm. Es wurde jedenfalls keine Grammzahl angegeben. Ja, hat sich nicht gelohnt, war zu peinlich oder was. Aber schon eine Aktion, wo man da mal 50 Polizisten mit beschäftigen muss, ja. Für Prävention. Ja, jetzt MDR, Zitat, unter der Überschrift Abschreckung und Prävention. Laut der Polizeidirektorin Zwickau sollte der groß angelegte Einsatz auch eine abschreckende und präventive Wirkung haben. Das ist also in Sachsen Drogenprävention. Ich halte es für sehr fragwürdig, dass dadurch irgendwer vom Konsum abgeschreckt wurde von den Schülern. Aber ich glaube, dass einige Schüler da echt ein bisschen traumatisiert wurden als erste Begegnung mit dem Staat, mit der Polizei. Und die haben jetzt bestimmt keine bessere Meinung als vorher von Staat, Polizei und Politik, als sie das vorher hatten. Das war es für heute. Ja, ich bin total gespannt, ob ich nächste Woche schon mehr berichten kann. Auf jeden Fall werde ich in den nächsten Wochen hier natürlich sehr am Ball bleiben. Ja, jeden Pups aus den Verhandlungsreihen, die da irgendwie raus zu sickern und in die Presse gelangen, erzählen. Wenn einer Cannabis gesagt hat, ja, dann hört ihr das hier. Jetzt kommen wir zu den Terminen der Ortsgruppen in Heidelberg. Ein Infotisch am 9. Oktober. Oldenburg, 10. Oktober, trifft sich die Gruppe online. In Regensburg trifft sich die Gruppe ebenfalls am 10. Oktober sonntags. Hamburg, Stammtisch der Ortsgruppe, Dienstag, 12. Oktober. Oldenburg, nochmal online, Stammtisch, auch 12. Oktober. Chiemgau, Treffen der Ortsgruppe, Donnerstag, 14. Oktober. In Oldenburg, 17. Oktober, online. Und in Heidelberg, offener Hanftisch, so eine Art Stamm, Hanftisch, Hanfstammtisch, Dienstag, 19. Und nochmal Hamburg, der Online-Klönschnack, da ist er wieder, auch super Sache, Dienstag, 19. Oktober. Gebt uns mal einen Haufen Likes hier auf dieses Video und Abos für den Kanal und gedrückte Herzen und so weiter. Ihr kriegt dafür von mir noch die Empfehlung und den Wunsch, einen schönen Tag zu verbringen und einen geruhsamen Abend. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020